Heute zeige ich euch die letzten 2 Euro Gedenkmünzen, die im Jahr 2019 erschienen sind. Beginnen möchte ich mit der Gemeinschaftsausgabe 30 Jahre Mauerfall zwischen Deutschland und Frankreich. An der Stelle verweise ich gern auf mein bereits erschienenes Video zu diesem Thema. Die deutschen Münzen mit einer Gesamtauflage von 30 Millionen Stück und die französische Ausgabe mit einer Auflage von 10 Millionen Münzen. Des Weiteren sind erschienen aus Estland 2 Euro zum 100. Jahrestag der Gründung der Nationaluniversität in Tartu mit einer Auflage von 1 Millionen Münzen. Die Universität wurde ursprünglich als Academica Gustavina im Jahr 1632 durch König Gustav II. gegründet und 1919 wurde sie dann die Nationaluniversität in Tartu. Außerdem aus Lettland, die aufgehende Sonne als Teil des Wappen Lettlands mit einer Auflage von 300.000 Exemplaren. Zu sehen auf der Münze unter anderem die Buchstaben BL für Priva Latvia, was so viel bedeutet wie freies Lettland. Die aufgehende Sonne ist auch heute noch in, im Vergleich zur Münze abgewandelter Form ein Teil des Staatswappens. Aus Litauen haben wir die 2 Euro Münze Region Semantia mit einer Auflage von 500.000 Münzen. Neudeutsch wird diese Region auch als Niederlitauen bezeichnet. Diese ist an sich anzusiedeln, geografisch anzusiedeln im Nordwesten Litauens. Außerdem erschienen aus Luxemburg zum 100-jährigen Bestehen des Allgemeinen Wahlrechts mit einer Auflage von 300.000 Münzen. Kurz gesagt wurde durch die Einführung des Allgemeinen Wahlrechts im Jahr 1919 ein Demokratisierungsprozess in Gang gesetzt, der über viele Jahre hin seine Auswirkungen gezeigt hat. Natürlich auch geschichtsträchtig bis heute noch ist und im Jahr 2019 gab es auch eine große Ausstellung zu diesem ganzen Themenkomplex. Aus Malta erschienen die nächste Ausgabe der Serie von Kindern mit Solidarität in diesem Jahr mit Natur und Umwelt. Hier die Auflage ebenfalls 300.000 Münzen. Zu sehen ist ein Apfelbaum, eine Sonne mit Wolke und darüber kann man sich dann streiten, ein Ackerboden beziehungsweise grobe Erde und Steine. Das liegt dann vielleicht doch im Auge des Betrachters. Der Entwurf stammt von dem maltesischen Schüler Joshua Stewart und ich denke man kann auch als Schüler schon sehr stolz darauf sein, wenn man eine Münze mitgestaltet hat. Und zu guter Letzt aus Slowenien zum 100. Jahrestag der Gründung der Universität Ljubljana. Hier beträgt die Auflage eine Million Münzen und diese Universität ist die älteste, größte und eine der international bestbewährtesten Universitäten in Slowenien. Das war es auch schon, das kurze Update für das Jahresende 2019. Ich hoffe es hat euch gefallen, auch wenn es relativ kurz und knapp gehalten war und ist. Und ich wünsche euch an der Stelle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und mal sehen, was uns dann so ereilen wird. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!